Einmal in einem weit entfernten Land, wo die Sterne so nahe schienen, dass man sie fast berühren konnte, lebte ein kleines Mädchen namens Luna. Luna war kein gewöhnliches kleines Mädchen, sie hatte ein besonderes Geschenk. Sie konnte mit den Tieren des Waldes sprechen. Diese außergewöhnlichen Talente machte sie zu einer Legende in ihrem Dorf und darüber hinaus. Luna wuchs in einem kleinen Häuschen am Rande des Waldes auf. Sie verbrachte ihre Tage damit, durch die dichten Baumkronen zu wandern, mit den Vögel zu singen und den Tieren zuzuhören, während sie ihre Geschichten erzählten. Ihre besten Freunde waren ein kluger Fuchs namens Felix, eine neugierige Eule namens Oliver und ein scheuer Hirsch namens Max. Eines Abends, als Luna durch den Wald spazierte, bemerkte sie ein seltsames Leuchten zwischen den Bäumen. Neugierig folgte sie dem sanften Schein und fand eine geheimnisvolle Lichtung, auf der ein zauberhafter Garten mit funkelnden Blumen und glitzernden Bierchen lag. In der Mitte des Gartens saß ein älterer Mann mit einem weißen Blick und einem freundlichen Lächeln. Er stellte sich als Merlin vor, der Hüter des Waldes. Merlin erklärte Luna, dass der Garten ein Ort der Magie und des Friedens sei, der nur denjenigen offenbart würde, die ein reines Herz haben. Fasziniert von der Schönheit des Gartens und der Weisheit von Merlin, beschloss Luna, Zeit mit dem alten Hüter zu verbringen und von ihm zu lernen. In den nächsten Wochen besuchten sie den Garten regelmäßig und hörte gespannt zu, während Merlin ihr von den Geheimnissen, Zwaldes und der Magie erzählte. Doch eines Tages, als Luna den Garten betrat, fand sie Merlin in großer Sorge. Er erklärte ihr, dass die Dunkelheit begonnen hatte, sich über den Wald zu legen. Die Tiere waren verstört und die Natur war aus dem Gleichgewicht geraten. Luna spürte die Dringlichkeit der Situation und versprach Merlin, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um dem Wald zu helfen. Mit Felix, Oliver und Max an ihrer Seite begann Luna eine Reise durch den Wald, um das Geheimnis der Dunkelheit zu enthüllen und das Gleichgewicht wiederherzustellen. Auf ihrem Weg trafen sie auf verschiedene Herausforderungen und Hindernisse, aber sie ließen sich nicht entmutigen. Luna nutzte ihre Gabe, um mit den Tieren des Waldes zu kommunizieren und ihre Hilfe zu erbeten. Schließlich stießen sie auf eine böse Hexe, die die Dunkelheit über den Wald gebracht hatte. Die Hexe, eine eifersüchtige alte Frau namens Morgana, hatte ihre Magie benutzt, um den Wald zu verderben und die Tiere zu kontrollieren. Mit Mut und Entschlossenheit stellte sich Luna der Hexe entgegen. Sie erinnerte Morgana an die Schönheit und den Frieden des Waldes und bat sie, ihr Herz zu öffnen und die Dunkelheit loszulassen. Zuerst war Morgana widerspenstig, aber Luna gab nicht auf. Mit ihren Worten der Weisheit und der Liebe gelang es ihr schließlich, das Herz der Hexe zu berühren. Morgana erkannte ihren Fehler und entschied sich, in dunklen Kräfte abzulegen. Mit ihrer Hilfe kehrte das Licht in den Wald zurück und das Gleichgewicht wurde wieder hergestellt. Die Tiere jubelten vor Freude und Luna wurde als Heldin gefeuert. Als Dank für ihre Tapferkeit und ihre Güte wurde Luna zur Hüterin des Waldes ernannt. Von diesem Tag an beschützte sie den Wald mit aller Kraft und bewahrte die Magie und den Frieden für alle, die ihn besuchten. Und zu Ende die Geschichte von Luna, die Mädchen mit dem reinen Herzen, das den Wald gerettet hat und zur Legende wurde, die für immer im Herzen der Menschen und Tiere lebt.